Silberfüchse 2023 wieder mal in Sachsen unterwegs. Kleiner Bernstein. Alles was auf der Strecke liegt. Das Königstein wird mitgenommen. Bis später. Du kannst hier links rein, rüber auf den Felsen, wenn du willst. Großer Bernstein. Da waren wir schon. Man muss immer aufbehalten. Das geht immer tief hinab. Jetzt filmen wir uns gegenseitig. Klar. Ich gehe links. Na ja, pass auf. Jetzt würde man so etwas vorhaben. Ich habe mich auf der Radreise auch nicht hingekriegt. Irgendwas zu erzählen zu der Kamera. Weil du denkst, was wollen die schon hören, wenn ich hier etwas sage. Ja. 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 Klettern tun wir heute nicht großartig. Ist einfach zu feucht. Ja. Ich bin hier noch ein Krabbel. Ja, wenn man einfach so in den Höhlen klettert und merkt so, scheiße, es gibt überhaupt kein Ausgang, man kann nirgendwo rausklettern. Ja, Taschen und Bahn und zurück. Einziehen auf allen Vieren. Ich hab's geschafft. Sehr gut. Ich hab's geschafft. 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 Wenn dich das nicht auf dem Kopf hält, ist halt cool. Das war's für mich. Okay. Okay, jetzt muss ich wieder meinen Kopf einziehen, sonst ziehe ich mich schon wieder hier in der Kopfhaltung aus. Soll ich mich das so ausfinde? Ja, da ist nicht so. Also ja, da oben ist es nicht so lang, aber... So, dann gehst du durch das Loch zurück. So. Das ist ja nicht so, ja, nur Bein steht. Und da geht es jetzt weiter. In die Teufelshöhle. Verdeilt euch nicht in Raum und Zeit? Ja. Oh, die Höhle hat geantwortet. Na, dann gehen wir mal rein. Aufpassen, dass wir durch den Kopf stoßen. Der Matsch und Schlamm machen wir so viel jetzt nicht. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. So schnell. Man sieht es euch hier ab, geht. In der Aufnahme. Man sieht auch genug. Man sieht auch nicht meine Stirn. Oh, man sieht den Echo von meinem Kanz. Ja, das ist mal. Hat kühlt wenigstens ein bisschen. Stoß jetzt den Kopf. Stoß dir nicht Kopf und Schulter. Ah, fuck it. Ah, fuck it. Ah, fuck it. Ah. Das war witzig gewesen. Ja, das ist cool. Das ist eine kleine Ex-Propa-Runde. So, und es geht wieder zurück. Mein Licht müsste noch an sein. Dann klettern wir mal wieder zurück. Kurz ins Loch, was wir hier sehen haben. Ah, da oben. Da ist er noch. Hast du die Spinnen und die Poupons gesehen? Ja, ja, ordentlich. Da haben wir eine Decke hing. Ja, ja. Das ist ein bisschen höher.